Musik In Ludwigsburg, in Pforzheim, in Gaggenau, in Karlsruhe, in Bruchsal, Aktionen in Betrieben. Warum das Ganze? Natürlich, weil es konkrete Anlässe gibt, aber um uns auch auf die Frage Auseinandersetzungen in Pandemiebedingungen einzustellen. Was sollte aus deiner Sicht passieren? Ich bin hier, weil ich Gerechtigkeit wähle. Weil wir den Tarifvertrag wollen, weil wir für unsere Firma immer da waren. Ich bin hier, weil Solidarität ganz wichtig ist. Tarifrunde, T-Zug, alles was unsere Themen momentan sind. Unter dem Motto Solidarität gewinnt sind wir da unterwegs. Und ihr wart auch zu Hause, ihr habt Kurzarbeit gehabt, ihr seid alle hier rein, alle hier reingekommen für diese Aktion heute hier. Tarif! Jetzt! Musik 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 Musik